Liebe, ich grüße euch ganz herzlich. Hier ist eure Anne Thun. Wir sind hier im Olympiastadion beim Lägerin-Lehren-Eastaf. Und ich möchte ganz herzlich und ruhig an Anne und vor allem hilfreich ausrichten oder übermitteln. Und ich habe hier meinen schönes Kayani dabei. Und ich bin euch so dankbar, dass ich meine Begriffe, die mich wirklich so niedergemetzelt hat, wirklich so toll überwinden konnte, indem ich hier Kayani Sand-Eis genommen habe abends. Das Sunset war das Extrem am Tag. Das hat mir so unwahrscheinlich geholfen. Und hat mich noch einmal mehr überzeugt, wie wunderbar dieses Präparat ist. Und ich wünsche euch lieben Abend. Und noch einmal danke, danke, danke.